David Jungnickel, Willi Antez und Yannick Melchior um nur die erste Reihe zu nennen und ich glaube, dass Willi Antez einen Bombenstart in Elikantgenau eben auch nie anreizt. Das ist noch nicht vorbei, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe gesehen, Willi Antez hat neue Reifen aufgezogen vorne, frisches schwarzes Gold und das brauchst du wahrscheinlich auch, um gegen so einen David Jungnickel zu kommen. Das sind jetzt keine Siebenzehntel mehr, auf keinen Fall. Ich würde mal sagen, Zwei. So, da hinten hängt schon ein paar Hände, mit und die schnellste Runde fährt David Jungnickel im Zitrün, der zweifelplatzierte. Aber das ist gut, dass wir die Schäden auch da haben. Zwei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020